Oh nein, so was kriegt der denn jetzt? Bronze Axt brauche ich auch nicht mehr. Nein. Die überhalten wir. Verkaufen wir. Braucht kein Mensch mehr. Möchte ich bitte behalten. Brauche ich auch nicht mehr. Behalten wir, behalten wir. Behalten wir alles, klar. So waren wir. Entschuldigung. Äh, ja. Holzbolzen. Den wollten wir verkaufen, auch wenn es nichts bringt. So, Knüppel. Kupferaxt. Kupferbolzen. Ne, haben wir. Kupfermesser. Kupferpfeil brauchen wir auch nicht mehr. So. Ein bisschen Leinsamen dürfen wir noch und dann ist der auch pleite. Mach's gut. So, und die? Lass mich raten, die hat Wolle. Äh, lass mal gucken, wie viel. Mach's gut. Fünf Wolle. Die braucht fünf Wolle. Ich kaufe erst mal von dir. Fünf Wolle. Es ist ein bisschen doof. Und dann... Mach's gut. Dann rede ich mit hier. Hier ist die Wolle. Dankeschön. Und ich krieg Münzen. Oh, ja. Und etwas Garn. Vielen Dank. Okay, jetzt zeigen wir deine Ware. Was verkaufe ich denn dir? Wir waren bei Leinsamen. Du kriegst natürlich das Meerkornbrot. Das will ich nicht verkaufen. Die Milchflasche kommt weg. Weg. Brauche ich im Moment nicht. Pflaumensaft ist von meiner Frau. Rote Beete-Suppe. Ja, klar. Salz. Seltsam. Nein. Salz. So viel Salz braucht kein Mensch im Moment. Aber... Komm. Zack. Weg. Weg. Erstmal weg, was ich... Ja, bitte. Stein-Exte. Na? Ja, bitte. Wir räumen einfach mal auf. Ja. Jetzt wird es ein bisschen... Ja, gut, jetzt hat sie nichts mehr. Gut. Das heißt, mach's gut. Wir haben jetzt mal die eine Quest geschafft. Und die andere Quest... Die müsste ja noch da sein. Die ist direkt auf der anderen Seite. Kann ich dir was helfen? Kannst du uns bitte helfen? Was geht hier vor? Ah, heulen. Das machen wir jetzt einfach mal. Gespräch bei hinten. Ja, wofür. Hier. Ja, das machen wir sowieso. Die ist nämlich direkt vor der Tür. Die ist so. Ja, herrsinn. Die ist so. Ich war das. Bis. Dann sind wir ja. Ja. Da ist so. Ja, das ist so. Ja. Und dann, wofür ist es ist so. Die ist so. Ja. Ja. Ja, ja. Nummer 1. Man sieht es immer noch nicht richtig gut. Hier müssten nur noch ein paar mehr sein. Ich speichere mal. Warte, ja. Komm, eben waren da so viele. Das ist jetzt eher ein Fuchs, ne? Das ist kein Wolf. Ja, ich will Wölfe, nicht Füchse. Ich will Wölfe. Ich merke auch gerade, wir haben wieder maßlos überzogen. Was bedeutet, wir bauen gerade mal noch eine Folge hinten dran. Weil einmal muss ich ja diese Wolfssache machen. Ich gucke mal ganz kurz. Äh, 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 äh. Ja. Habe ich die Wölfe jetzt mit dem einen? Was ist das? Das ist ein Luchs. Wie sieht der Wolf an? Äh, hier. Da ist Wolf. Okay. Mhm. So, ein bisschen rennen. Third Person hilft da so ein bisschen. Hier müsste aber ein Fluss. Wo ist denn der? Dauert noch ein bisschen. Zwei. Drei. Zwei. Zwei. Gucken. Ist hier? Hier ist noch Wolf. Wo bist du, Wolf? Du willst mich haben. Komm mich holen. Oh, graues Tier. Mir kraut vor dir. So, nochmal näher ran. Ich bin auch schon zu weit. Da muss ich nochmal zurück. Bin ich jetzt richtig? Es ist direkt am Fluss. Aber ich finde den Fluss nicht. Doch, das ist der Fluss. Und hier sollte es noch Wölfen. Nochmal. Sag mal. Wieso ist der jetzt weg? Ah, ne, der ist da. Der müsste direkt hier irgendwo sein. Hallo. Das ist er. Das sind sogar zwei. Es ist einer zu viel. Und sie haben mich auch ein bisschen angekratzt. Aber die Wolfspopulation ist jetzt deutlich weniger geworden. Und wir geben die Quest ab. Und pui, was war das denn? War das Torsbogen? Naja. Äh, wir speichern. Weil es wäre doof, wenn wir diese Quest abgeschlossen hätten. Und dann kurz nachsterben. Zum Beispiel einem Riesenrudelfüchs. Nein, das ist kein Stein. So, gut, dafür ist es jetzt echt nicht geeignet, also. Wie ist das passiert? Egal. Stein. Egal. Ähm. Ja. Hat sich aber auch wieder ein bisschen gelohnt. Ich werde kein Kaninchen abschießen. Also bitte. So. Hallo. Die Wölfe sind tot. Was kriege ich? Fackelt. Eisenpfeile. 71 Münze. Mögliches Gehöll. Das geht ja eigentlich, ne? So eine Jagdquest. So. Gucken wir doch mal weiter. Jetzt, ähm. Ja. Na. Jessica. Das ist jetzt auch was. Das sind. Na, von mir aus. Hier komme ich aber so nicht raus. Aber so. Ach, warte. Ich habe hier ein Pferd dabei. Pferd. Hallo. Ja. Ja, ja, ja. Ja, gut. Ähm. Ne, dann müssen wir wieder das da machen. Weil sonst bin ich zu doof zum Reiten. So, und wenn ich mich nicht furchtbar getäuscht habe. Upsi. Warte. Mal langsam. Danke. Wir versuchen es mal da. Nicht, 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 nicht. So. Ja. Nicht die schönste Strecke. Ist auch eine Strecke mit Bison. Aber. Wie ich sage. Bison of a bitch. Ha, 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 ha. Ein Kracher. So. Okay. Ich glaube. Wir sollten das eher hier unten rum machen. Klingt jetzt auch wieder furchtbar verkehrt. Also, ich denke, der beste Weg ist nicht über die Gipfel hier. Was mich jetzt im Moment nicht daran hindert, ist trotzdem zu tun. Klar. Ja. Ja, 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 ja. Wow, 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 wow. Was wäre das unverletzt? Alles klar. Nicht mal Tierquälerei. Alles gut. Und ist... Upsa. Hm. Ich hätte es nicht sagen sollen. Das war... mies. Du bist es doch, oder? Ja. Kann ich dir was helfen? Äh, Stiefel. Schon wieder Hornika. Da kam ich doch, oder? Hornika ist... Ja. Was fährt? Du bleibst es da stehen? Bin ja nicht doof, ne? Aber das mit den Stiefeln scheint echt zu stimmen mit Hornika. Das ist das zweite Mal schon, dass sich jemand nach Hornika schickt. Ich würde gerne Stiefel kaufen. Bitte, danke. 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 Da rein. Da. Edelstiefel. Was mich jetzt interessieren würde... Ähm, Quatsch. Edelstiefel. Ja, ich könnte die auch. Nur um es zu sagen. So. Jetzt der Plan. Dahin. Zack. Nach... Ne, ich bin ja von Hornika. Nach... Äh, da muss ich jetzt... Ja, das ist jetzt Erika. Das war doch richtig. Ich hoffe, das war richtig. Beim Pferd, bitte. 50 Meter ist super. Und die Frau ist gleich beim Pferd, sozusagen. Ja, dann nimm doch die Stiefel. Zack. Pferd. Es ist in der Nähe, aber ich kann es nicht sehen. Ich kann es sehen, weil es in der Nähe ist. Wir... Wir... Wir wollen nach Hause. Und sind dann für heute mit diesem Spiel fertig. Schöne 10 Folgen. 20 Tage. Das heißt, der Januar dürfte jetzt mit dieser Folge schon bald über die Hälfte sein. Ist doch gut. Da ich momentan exakt einen sehr stillen Live-Zuschauer habe. Zumindest zeigt mir das so an. Also jemanden, der... Upsi. Sind das wohl alle, die das jetzt hören, außer... Wow, ein Bär. Ich hoffe, ich komme weg von dem Bären, weil Bären sind unangenehm. Und schnell und lieben Pferdefleisch. Na, so. Upsa. Auf dir gefallen, dass mich der Bär rückt. Was er nicht tut. Ähm. Was bitte. Ja, lass es doch bitte sein. Okay. Ich hätte es genauso versteckt. So, dass wir dann beim Tran vorbei reiten. Oh, so kann ich nicht. Langsam. So, und jetzt darüber. So. Wenn wir zu Hause sind, werde ich noch eine Sache nachprüfen. Und zwar, wie viele gottverdammte Heildränke ich habe. Weil die muss ja Heildränke gemacht haben, wie doof, ne? Und ich muss echt mal ausdünnen mit dem ganzen Zeugs, was wir rumliegen haben, was wir vielleicht niemals brauchen. Wir sind fast zu Hause, würde ich behaupten. Und wieder die Banditen, klar. Das Feuer brennt immer noch. Das macht das in mir, weil da ist die echt gerne. Ich müsste es doch fast schon sehen. Und ich sehe es tatsächlich fast. Müssen wir noch einparken. Und haben rechtzeitig zum Sonnenuntergang oder zur Dämmerung den Winter durchgespielt. Das Tür frisst nicht. So, schnell mal schauen. Verwaltung. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Das berichtigen wir noch schnell. Äh, Eimer. Weil die brauchen wir ja sowieso. Eimer. Keine Eimer. Alle kaputt. Ah ne, hier sind sie im Eimer. Okay. Brunnen. Ist das? Nein. Da ist es da. Okay. Sehr schön. Machen wir die auch nochmal gerade voll. Wenn wir, wenn wir schon mal hier sind. Dann gehen wir wieder zum Laden. Ne, wir gehen hier hin. Da müssen die einmal mit Wasser rein, oder? Eimer. Aber die sind auch leer. Ja. Dann machen wir die. Einmal mit saurer Milch. Wow, ich kann irgendwas damit machen. So, wir schnappen uns den Eimer noch und die Eimer noch. Dann, einfach nur, weil ich es probieren will. Ähm, ne. Brunnen. Nochmal da rein. Dann, einmal mit saurer Milch. Ähm, ja. Da müssen wir zu meiner Frau. Klingt jetzt auch ein bisschen seltsam. Aber. Genau. Ja. Quark. Ich habe Quark gemacht. Ich habe zehn Quark gemacht. Und überzogen. Was machen wir dafür? Käse ist Quark und Milch. Warten wir mal einmal mit Milch. Müsste ich doch hinkriegen, oder? Wo ist denn das Lager? Haben wir hier. Einmal mit Milch. Wo ist denn die Milch? Wo ist denn die Milch? Warte, stopp. Technologie. Nee, Verwaltung. Tiere. Nein, Quatsch. Hier, Pferch. Pferch. Einmal mit Milch. Einmal mit Milch. Müsst du doch gehen. Jetzt habe ich aber keinen näheren Eimer mehr. Oder sind die Eimer mit Milch? Wieso produzieren die keine Milch? Wieso produzieren die keine Milch? Na gut, komm. Wir lassen es einfach sein. Ich lege mich ins Bett, weil wir sind jetzt schon... So, also ich lege mich nicht ins Bett, aber hier, er, hier, er legt sich ins Bett. Wie bist du? War es schon wieder? Was? Wieso? Moment. Noch was? Danke. Äh, Mist. Verwaltung. Ach, die Kräuter. Ja, klar. Wieso? Was war es denn? Was fehlt denn noch? Ist doch alles da. Hör auf. Sonst? Ja, die ist ja immer so ein bisschen pingelig, ne? Gut. So, alles klar. Schlafen. Und... Ich mache mal eine Aufnahmepause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache jetzt nur kurze Pause im Stream, aber hier sind wir fertig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.